Wir haben auf pcgames.de nachgefragt. Welche PC-Spiele haben euch 2015 am besten gefallen? Hier folgt die Top 5 der beliebtesten Spiele unserer Leser mit Windows-Rechenknechten. Cities Skylines deklassierte dieses Jahr nicht nur SimCity, sondern begeisterte auch unsere Leser. Platz 5 mit 2,36% der Stimmen. Life is Strange ist ein Episoden-Adventure, das nicht nur mit Telltale-Meisterwerken mithält, sondern sie zum Teil auch übertrumpft. Platz 4 mit 2,43% der Stimmen. Grand Theft Auto 5 für den PC landet auf dem dritten Platz und heimst insgesamt 5,07% der Stimmen ein. mehr als verdient. 13,52% der Leser von pcgames.de verbringen ihre Zeit am liebsten in der Post-Apokalypse. Platz 2 geht mit 13,52% der Stimmen an Fallout 4. Was für ein Spiel, was für ein Sieg. Mit über 50% aller abgegebenen Stimmen dominiert The Witcher 3, The Wild Hunt, unsere Bestenliste. Wir verneigen uns in Ehrfurcht und gratulieren zu Platz 1. winz.